Hi, ich bin Grandy vom Rescue Team. Ich werde dir heute eine Tipp zum Coronavirus geben. Weißt du, dass wir Abstand von anderen halten sollen? 1. Ein sicherer Abstand muss eingehalten werden, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Indem wir den Abstand einhalten, können wir vermeiden, dass wir uns anstecken. 2. Wenn wir uns auf der Straße begegnen, umarmen wir uns lieber selbst, bis alles wieder vorbei ist. Sei Teil unseres Rescue Teams und lass uns gemeinsam das Virus stoppen.